Hoffentlich gibt da jemand den Strafraum, der Ahlener Capuzzone. Rath. Aber da muss doch keiner stehen. Der macht direkt. Und so ein Schofhoff, der so greift da gar nichts, was passiert. Marcel Rath und sein krummel King. Das war nie und nimmer gewollt. Da rutscht die ihm umschlappig. Und auf normalem Weg hätte ich Ahlener hier heute auch gar nicht mehr zugeschraubt. Aber bei aller Überraschung geht, muss Schofho heißen. Und es überhaupt kein Vertunen, dass es sein liegt. Dann auf alle Harmonien aufgehen. So ein Schofhoff erklärt uns doch mal, wie dieses linke Ding da einschluckt. Und um mich zu verstehen, dann brauchen wir nötig wirklich keinen den Schofhoff.